Seit die Astronauten der Mission Apollo 17 am 19. Dezember 1972 zurück zur Erde kamen, gab es keine bemannte Mondlandung mehr. Trotzdem plant die ESA bis 2030 die erste Siedlung auf dem Mond mit sechs bis zehn Bewohnerinnen und Bewohnern. Bis 2040 sollen 100 Menschen dort wohnen und arbeiten, zehn Jahre später bereits 1000. Doch ist das überhaupt möglich? Gibt es genug Wasser? Und woher soll der Sauerstoff kommen? Clixoom Science & Fiction, hier gibt es jeden Tag faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Sicher ist zumindest, dass an den Polen des Mondes tonnenweise Wassereis im Boden lagert. Die indische Mondsonde Chandrayaan I entdeckte dort vor knapp zehn Jahren mehr als 40 Krater, die so tief sind, dass das Eis vor der Sonneneinstrahlung geschützt ist. Inzwischen brachten US-Forscher und Forscherinnen den Beweis, dass es sich wirklich um Wasser und kein anderes gefrorenes Material handelt, das mit Mondgestein vermischt ist. Aber auch sonst ist der Mond keineswegs so staubtrocken wie früher angenommen. Das Vulkangestein im Mantel des Mondes enthält ebenfalls Wasser, wobei jedoch weiter unklar bleibt, woher es stammt. Damit wäre das Problem des Wassers zumindest halbwegs vom Tisch. Man müsste nur einen Weg finden, das Eis zu schmelzen, um es trinkbar zu machen. Schwieriger wird die Gewinnung von Sauerstoff zum Atmen. Man könnte das Wasser mittels Elektrolyse in seine chemischen Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff spalten. Jedoch ist hierbei die Frage, ob man das wertvolle Trinkwasser dafür verbrauchen sollte. Eine bessere Option wäre es, die einzige Substanz zu verwenden, die auf dem Mond im Überfluss vorhanden ist, das Mondgestein, Regolith, das aus sauerstoffhaltigen Mineralien, sogenannten Oxiden, besteht. Die Wissenschaftler kennen die Zusammensetzung von Regolith aus der Untersuchung der Proben, die in den 60er und 70er Jahren vom Mond zur Erde gebracht wurden. Um Sauerstoff aus diesem Gestein zu gewinnen, testet die NASA bereits ein System, bei dem das Gestein von einem kleinen Rover auf eine Rampe geschoben und zerkleinert wird. Anschließend wird es von oben in einen Reaktor gefüllt, der das Gestein zu Sauerstoff verarbeiten kann. Dieser Reaktor soll bis zu 660 Kilogramm Sauerstoff pro Jahr liefern, das wäre genug für zwei Astronauten. Bis jetzt scheint die Chemie in diesem Testreaktor zu funktionieren, die Techniker und Technikerinnen haben jedoch mit anderen Problemen zu kämpfen. Denn der Mondstaub ist durch den Sonnenwind elektromagnetisch aufgeladen. Wenn er aufgewirbelt wird, klebt er überall und kann durch die geringe Schwerkraft nicht richtig durch den Trichter rieseln. Die Techniker und Technikerinnen versuchen nun das Regolith einzusaugen oder den Trichter vibrieren zu lassen. Das Regolith könnte weiterhin für den Bau von Unterkünften auf dem Mond dienen. Auch hier laufen bereits Tests mit synthetischem Mondstaub, der dem Original sehr nahe kommt. Spezialisten des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums DLR versuchen bereits aus diesem Staub eine Art Ziegelstein herzustellen. Dafür bündeln sie das Sonnenlicht mit 159 Spiegeln und erhitzen damit das Material auf 1100 Grad, wodurch es anschließend schmilzt und später beim Abkühlen einen festen Stein bildet. So ist zumindest die Idee, doch so einfach, wie es in der Theorie klingt, ist es nicht. Die einzelnen Bestandteile des Materials verhalten sich in der Hitze sehr unterschiedlich. Manche Mineralien schmelzen früher, manche erst später. Dadurch werden die Steine nicht zu einer gleichmäßigen Struktur gebacken und zerbrechen dadurch oft bei Belastung. Jedoch macht das DLR große Fortschritte und hat mittlerweile eine sehr solide Rezeptur, die die Steine halten lässt. Ob eine Besiedlung des Mondes möglich ist und wann damit zu rechnen, bleibt trotz allen Fortschritts noch unklar. Es gilt weitere Faktoren zu beachten, wie beispielsweise die Gewinnung von Nahrung, stark schwankende Temperaturen mit Temperatursprüngen von mindestens 60 Grad, die Gefahr der kosmischen Strahlung und nicht zuletzt die geringe Schwerkraft auf dem Mond, die auf Dauer Probleme bereiten könnte. Der Mond hat jedoch noch etwas anderes zu bieten als eventuellen Lebensraum für uns Menschen. Er ist eine riesige Energiequelle. Als besonders begehrenswert gilt das Gas Helium-3, das durch Sonnenwinde zum Mond gelangt ist und sich im Mondstaub abgelagert hat. Es gilt als sehr guter Brennstoff. Nach Berechnung von Physikern und Physikerinnen könnte es auf dem Mond eine Million Tonnen davon geben. Das wäre genug, um unsere Erde, Achtung, Tausende von Jahren mit Strom zu versorgen. Jeff Bezos, der Amazon-Gründer und derzeit reichster Mensch der Welt, will den Mond mit seinem Raumfahrtunternehmen Blue Origin früher oder später sogar als Produktionsstandort nutzen und dort Schwerindustrie ansiedeln, die mit Sonnenenergie betrieben wird. Doch es gibt noch eine andere Frage und die liegt nicht so ganz auf der Hand. Wenn die Menschheit den Weltraum erobern will oder sogar die Erde verlassen muss, würde die Energie auf der Erde überhaupt ausreichen, um uns alle in den Weltraum zu bringen? Eine Frage, die der Kanal Neugierdzone in diesem Video beantwortet. Dafür wie immer draufklicken und den Kanal unbedingt abonnieren, ist einfach der Hammer. Ansonsten bis dann, bleibt dran!